Die Stimme des Tieres. Das Tier soll ernst genommen werden in der Gesellschaft. In ihrem und in seinem Leben. Tierhalter und Tierfreunde wollen wir ansprechen. Die Stimme des Tieres. Die Stimme des Tieres. Das Tier kann wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Beziehungen können sich verändern. Alles ist eine Frage der Anschauung. Durch Mediation können Verhärtungen gelöst und neue Kommunikationsformen gefunden werden. Klarheit öffnet Wege.